Mit welchem Gefühl kannst du den Verein jetzt verlassen? Du hast gesagt, du willst alles geben, das konnte man auch immer erkennen. Ich weiß nicht, wann ich das gesagt habe. Ich habe auch gesagt damals, dass Einheim auf gar keinen Fall absteigen soll. Wie gesagt, danach habe ich entschieden für den Durchbruch. Ich habe den Jungs auch versprochen, alles zu geben. Wie gesagt, mein letzter Hemd habe ich für den FC Einheim gegeben. Ich gehe mit einem super Gefühl nach Duisburg und gehe jetzt erst in den Urlaub. Der Kopf braucht jetzt Ruhe, die Familie braucht Ruhe. Dann gehe ich mit einem gutes Gefühl nach Duisburg. Jetzt musst du ja nicht unbedingt auf die anderen Plätze schauen. Wie weit habt ihr die anderen Ergebnisse mitgekriegt? Schon. Ich glaube, in der ersten Halbzeit habe ich schon gesagt, dass Braunschweig jetzt 4-2 hinter steht. Das bekommst du irgendwann mit. Der Trainer hat auch gesagt, wir schauen nur auf unser eigenes Spiel. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und so sind wir auch in der zweiten Halbzeit reingegangen. Aber dann schießt Green natürlich auch ein super Tor. Und dann kämpfen wir bis zum Schluss, um das 1-1 zu machen. Um alles sicher zu halten und alles in eigener Hand zu machen. Und das haben wir am Ende auch schon gemacht. Ist das auch wichtig für euch? Jetzt gewesen, dass ihr nicht mit der Niederlage aus der Saison rausgeht, sondern ihr das 1-1 noch geschafft habt? Auf jeden Fall. Das zeigt die ganze Saison schon, was für Mannschaften wir sind. Und welche Einstellungen wir in jedes Spiel reingehen und bis zum Schluss alles geben. Und das haben wir auch in dem letzten Spiel gemacht. Und wir wollten sogar noch den 2-1 machen, um alles nach vorne zu werfen. Aber so reicht das auch. Viertelstunde bist du kaputt wie sonst, nach rund 90 Minuten, oder? Ja, gut. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, es war ja irgendwo auch so, dass die Maßschule schon so war, wenn ich reinkomme, dass ich dann eher eine vordere Position einnehme. Und dann vielleicht auch nicht mehr das ganz große Arbeiten nach hinten habe. Und ja, ich habe versucht, da ein bisschen Wirbel zu machen. Vielleicht wurde der Gegner ein bisschen nervös deswegen. Aber wie gesagt, wir haben noch mal richtig draufgepackt am Schluss. Und ich glaube auch verdient, wenn wir das ganze Spiel anschauen, wir verdienen den Punkt auch hier behalten. Wärst du beim normalen Saisonspiel, wärst du eingewechselt worden? Beim ganz normalen jetzt irgendwann in der Saison, oder hätten wir heute noch mal Pause gemacht mit deinem Muskel? Das ist eine gute Frage. Es ist das letzte Spiel, klar, man weiß, danach ist erst mal Pause. Das war vielleicht klar, dass man alles versucht, um dabei zu sein. Wenn man natürlich auf den Blick, wenn wir jetzt noch 5, 6 Spiele gehabt hätten, hätte man natürlich überlegen müssen, ob es Sinn macht. Aber ich habe jetzt die letzten 2,5 Tage mit der Mannschaft trainiert. Das war wirklich ohne Probleme. Und deswegen war dann im Endeffekt nachher auch mit Absprache mit dem Doc und alles, war dann klar, dass ich mit auf die Bank gehe. Und ja, jetzt dann... Ich meine, ich habe auch gesagt, ich setze mich noch auf die Bank, wenn ich auch soweit bin, dass man mich einwechseln kann. Nicht einfach nur so zur Deko. Deswegen, ja. Jetzt ist die Saison ja wahnsinnig aufreibend gewesen. Kannst du da jetzt schon so kurz nach Abpfiff ein kleines Fazit schon mal ziehen? Weißt du, die Leute, die sagen immer, Fußball ist ein schöner Job. Ich habe echt einen schönen Job. Einer der schönsten Jobs, den man haben kann. Man macht sein Hobby zum Beruf. Man kann so viele Menschen eine Freude machen, mit denen trauern. Aber wenn man dann mal wirklich im Abschließkampf steckt, so eine lange Zeit, ja, das zerrt ganz schön an einem. Also, man hat wirklich wenig Lust, andere Dinge zu unternehmen. Man muss echt schauen, dass man das auch dann wirklich nur hier drin lässt und nicht auch mit ins Private nimmt. Dann leidet vieles darunter manchmal auch vielleicht die Lust, auch mal die Familie zu besuchen, wenn man einfach vom Kopf her so kaputt ist. Das Mentale spielt da so eine große Rolle. Ich bin echt froh, dass ich um mich herum so ein gutes Umfeld habe und jeder, der einen gestärkt hat und immer wieder aufgebaut hat. Und deswegen, ja, das war es dieses Jahr. Ich hoffe, wir lernen daraus. Aber wir haben auch mit Heidnam nie die Garantie, dass du nächstes Jahr wieder oben mitspielst oder im Mittelfeld. Im Gegenteil sicher der Mittelfeld bist. Das hast du nie. Aber jetzt wissen wir, wie das ist. Jetzt wissen wir vielleicht, wie wir auch mal in der Zukunft damit umzugehen haben, wenn es wieder so eine Situation gibt. Und deswegen, ja, es war eine anstrengende, schwere Situation. Vor allem auch, weil es das erste Maßlob war. Wie groß sind Sie erleichtert? Ja, ich glaube, das ist einfach jetzt gerade so. Ich glaube, ich brauche ganz kurz, bis ich da so ein bisschen die Freude durchkomme. Es ist wirklich so, die letzten Tage, man wollte unbedingt, dass das Spiel schon vorbei ist. Gestern schaut man Bundesliga an und eigentlich will man selber schon auf dem Platz stehen. Weil man will ja immer warten, man hat die innerliche Unruhe extrem und so. Ja, wie gesagt, das zerrt an einem. Aber man ist erleichtert jetzt, man merkt es. Es fällt vieles ab im Kopf. Aber ich glaube, ich brauche nur die eine oder andere Minute, die eine oder andere Stunde, um dann wirklich alles loszulassen und dann auch in vier, fünf Tagen entspannt auch an Urlaub zu denken. Wie gesagt, jetzt brauche ich nur noch eins. Und das wisst ihr selber. Und heute Party? Wird heute groß gefeiert? Ja, ich habe gesagt, ich brauche nur noch eins. Alkohol. Weil ich muss den ganzen Frust, den ich letzte Woche hatte, mal runter spülen. Nein, Spaß beiseite. Also wie gesagt, heute davon wirklich auch ein bisschen was trinken und einfach jetzt auch den Abend voll ausdringen lassen. Party, keine Ahnung. Ist ja kein Feiertag. Obwohl wir jetzt frei haben. Nein, wir treffen uns morgen auch nochmal von dem her. Da möchte ich auch schon, dass ich wenigstens aus beide Augen schauen kann. Und deswegen möchte ich dann auch normal in den Urlaub kommen. Und danach früh, oder? Ja, das sind Voraussagen. Wir haben normal in den letzten Jahren immer gebucht. Diesen haben wir noch nichts gebucht. Deswegen werden wir jetzt gleich mal in den Laptop sitzen. Und hoffen, dass wir noch ein gutes Angebot kriegen für morgen, Abend oder für Dienstag. Ich habe gerade den John auch gefragt, war das jetzt psychologisch auch wichtig, dass er jetzt nicht mehr in der Niederlager-Saison geht, dass er jetzt 1-1 noch gemacht hat. Aber ich meine, im Endeffekt, das ist jetzt mehr schlauer, hätte auch 0-1 gereicht. Nein, wir haben uns gesagt, der Trainer hat mir auch nochmal gesagt, wo ich reinkommen bin. Wir werden das Spiel nicht verlieren. Wir verlieren das Spiel nicht heute. Und man hat ja gesehen, wird wohl nur noch irgendwie verwalten. Und wir sind nach vorne mit vielen Männern. Und haben auch, vor allem das Tor, wenn man sieht, was super rausgespielt. Und es war einfach sensationell, dass wir da den Ausgleich machen. Letches Jahr war es 2-1 mehr oder weniger in der letzten Minute. Dies Jahr fast in der letzten Minute ist 1-1. Ja, uns darf man nicht abschreiben, auch im letzten Spiel. Und ich glaube, auch so kann man sagen, wir haben alles dafür getan, um zu zeigen, dass wir jetzt auch trotzdem Ergebnisse, das man erklärt hat, jetzt nichts hier hergeschenkt haben, sondern wir wollten unbedingt jetzt nicht mit der Niederlage ins Sommerhaus zu gehen. Das haben wir geschafft. Und die Jungs haben heute ein super Spiel gemacht. Und deswegen bin ich unglaublich stolz darauf, dass wir es jetzt geschafft haben. Und wieder das fünftige Jahr in der zweiten Liga sind, wo wir endlich mal ein paar Wochen weiter durchzuschnaufeln. Ich bitte dich, dass du mal vielleicht deine Gemütsverfassung so schilderst, wie es dir geht, oder den ganzen Tag. So gegangen ist heute? Ja, am Anfang, an vom Tag, waren wir schon richtig nervös. Er hat angefangen, wo man aufgestanden ist, da war man schon, hat sich schon Gedanken über das Spiel gemacht. Aber jetzt fällt eine riesen Last ab, dass wir in der zweiten Liga bleiben. Und ja, jetzt geht es ab in den Urlaub und Kopf frei halten. Du hast schon heute auch ein Tor gemacht. Wie wichtig war das auch für dich, nachdem du in der Saison jetzt nicht so, in der Rückrunde zumindest, nicht so zum Zug gekommen bist? Ja, das Tor war für mich unglaublich wichtig. Hat mir jetzt nochmal einen Schub gegeben, Vertrauen. Letzte Trainingswochen habe ich Gas gegeben. Und ja, die Saison war eine schwere Saison für mich. Und zweimal Verlässt gewesen, einmal mit der Leuchten-OP. Und jetzt, dass der Trainer mir wieder Chance gegeben hat, zu spielen jetzt heute über langen Zeitraum. Und dann konnte ich das Vertrauen zurückzahlen. Und Gott sei Dank haben wir dann noch 1-1 gespielt. Wie wird jetzt gefeiert? Ja, jetzt wird erst mit der Familie gefeiert, mit Freunden und nachher auf dem Fanfest und dann sieht man weiter. Wie fühlt es sich jetzt auch direkt nach dem Spiel an? Also, angespannt im Endeffekt? Gibt euch dann Kiel doch die Schützen Hilfe? Ja, ich sag mal so, ab und zu hat man vielleicht schon aufs Ergebnis geguckt. Und am Anfang, wo es dann 1-0 für Braunschweig stand, war es schon nochmal kurz komisch. Aber jetzt, wo wir dann noch den Punkt geholt haben. Und ja, leider Gottes dann Braunschweig jetzt in der Liga 3 ist. Aber für uns war es auch gut, dass wir jetzt unser Unentschieden gespielt haben. Nichts, der wird noch mal neu angegriffen. Auf jeden Fall. Welche Gefühle hattest du, als du das tollen Sieg hast? Ja, war ein super Gefühl. Ja, diese Saison mein erstes Tor. Und das bedeutet mir natürlich viel jetzt am letzten Spieltag, nach der Verletzung, nach den ganzen negativen Geschichten jetzt zu treffen. Ja. Ja.